Hi, ich begrüße euch hier bei mir zu Hause im Homeoffice. Ich habe heute den brandneuen ZEPCO Europe Katalog 2020 erhalten mit über 5700 Produkten drin. Also es ist wirklich eine wahnsinns Bibel. Und ich möchte jetzt die Zeit nutzen, euch den kommenden Tagen immer wieder eins unserer neuen Black Hat Produkte detailliert vorzustellen. Denn da kommt einiges jetzt für die kommende Angelsaison auf euch zu. Wir vom Black Hat Team bieten euch eines der umfangreichsten Posen- und U-Posen-Sortimente, die ihr auf dem europäischen Wallermarkt finden könnt. Denn wir möchten, dass ihr für jede Situation am Wasser effektive Produkte zur Auswahl habt. Die fischereilichen Möglichkeiten entwickeln sich jährlich weiter. Es ist teilweise ein wirklich rasender Prozess. Und auch das Verhalten der Fische verändert sich. Natürlich, der Hauptgrund hier ist der zunehmende Angeldruck. Weltsangen ist populär, Weltsangen boomend. Wir vom Black Hat Team versuchen da mit der Zeit zu gehen und unsere Erfahrungen und Erlebnisse direkt vom Wasser in die Produkte mit einfließen zu lassen. Um einfach weiterhin erfolgreich und zielgerichtet Welse fangen zu können. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Viele Weltsangler vertrauen bei ihrer eigenen persönlichen Fischerei auf altbekannte Systeme und hinterfragen sehr kritisch neue, moderne Methoden, die den Weltsfang steigern sollen. Das ist aber auch gut so, denn schließlich möchte man sich ja sicher sein, ein gutes Gefühl haben, nachdem die Ruten ausgelegt sind. In der wenigen Zeit, die man am Wasser verbringen kann, neben Familie, Beruf und dem stressigen Alltag. Ein sehr gutes Beispiel für den Fortschritt der Fischerei und die neuen Trends beim Weltsangeln sind die zahlreichen U-Posen, die euch der Markt heutzutage bietet. Viele Weltsangler sind ja der Meinung, eine U-Pose erfüllt nur den Zweck, euren Köder vom Grund anzuheben und über Grund zu präsentieren, damit der Welts schneller auf euren Köder aufmerksam wird und ihr gute Fänge erzielen könnt. Dieser Gedankengang ist in den Grundsätzen natürlich auch richtig, aber es gibt viele, viele Situationen, wo einfach ein normaler Weinkorken, der ja auch die Aufgaben einer U-Pose problemlos übernehmen können sollte, doch nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel ein bestimmter U-Posentyp, den euer Nachbar, euer anderen Nachbar am Gewässer auf seiner Montage hat und plötzlich euch vormacht, was doch für gute Fänge am heutigen Tage möglich sein können. Eine U-Pose muss für mich persönlich als Weltsangler unterschiedliche Kriterien je nach Jahreszeit und Angelsituation am betreffenden Gewässer erfüllen. Im Frühjahr zum Beispiel bei kalten Wassertemperaturen vertraue ich ganz extrem auf kleine, leichte Auftriebskörper. Die Waller bewegen sich noch nicht viel, liegen am Grund in ihren Löchern und nehmen nur Happen, die ihnen teilweise vor dem Maul präsentiert werden. Im Sommer hingegen, wenn die Weltsangler richtig aktiv sind, gehe ich auf größere Auftriebskörper. Dann nutze ich dann auch sehr gerne bei uns in Deutschland, wo ja bekanntlich der lebende Köderfisch verboten ist, sogenannte Radau-Macher-U-Posen. U-Posen, die auf eurem Vorfach sich drehen, richtig wirbeln, Wasserverwirbelungen, Wasserdruckveränderungen erzeugen. Und dadurch versuche ich, die Aufmerksamkeit des Wallers auf meinen Köder zu lenken. Angel ich in Gebieten, wo sehr viel Angeldruck herrscht, wo ein Weltsangler sofort eine zu große U-Pose, einen Radau-Macher als Gefahr erkennen würde, kommen bei mir ganz unauffällige U-Posentypen zum Einsatz, wie hier zum Beispiel diese EVA-U-Pose. Diese besteht aus einem sehr weichen, einem sehr rohfaserigen Material und damit gelingt mir eine sehr unauffällige Köderpräsentation ohne viele Wasserverwirbelungen in der Strömung. Ihr seht also, es gibt ganz, ganz viele verschiedene U-Posen-Modelle und jeder hat in bestimmten Situationen ihre Daseinsberechtigung. Aber keine dieser U-Posen erlaubt euch einen gezielten und erfolgsorientierten Weltsfang das ganze Jahr über und an jedem Gewässer. Man muss also als Weltsangler schon entscheiden können, in welcher Situation man sich mit welchen Angelbedingungen am Wasser auseinandersetzen muss. Und genau aus diesem Grund haben wir auch eine neue U-Posenform jetzt auf den Markt gebracht. Diese U-Pose nennt sich The Tree, der Baum, weil die U-Posenform einfach von unten nach oben aussieht wie ein Tannenbaum, der im Walde irgendwo steht. Die Hintergedanken unserer neuen U-Posenform, unseres neuen U-Posen-Modells, was jetzt über ein Jahr im Praxiseinsatz war, basieren auf einer Situation am Wasser, auf Angelbedingungen, wo die Waller entweder sehr aggressiv sind und alles angreifen, was richtig Druck im Wasser macht oder auf Phasen, wo die Waller doch eher etwas launig sind, gar nicht so viel Lust haben und erst durch eine erhöhte Strömungsverwirbelung, durch eine erhöhte Geräuschkulisse an unseren Köder, auf unseren Köder aufmerksam gemacht werden sollen. Im Endeffekt erfüllt diese U-Posenform jetzt fast die gleichen Möglichkeiten, die uns eine Flügel-U-Pose ermöglicht. Eine Flügel-U-Pose dreht sich auf dem Vorfach, The Tree, der Baum, dreht sich nicht auf dem Vorfach, sorgt aber durch die spitz zulaufende Wellenform für eine erhöhte Wasserverwirbelung direkt vor dem Köder, die dann von der Spitze bis zum dicker werdenden Teil, wo hinten dran der Köder befestigt ist, sich immer weiter aufbaut. Die Wasserverwirbelung oder besser gesagt die Strömung, die dann vom hinteren Teil auf die hier noch recht dünne U-Pose trifft und durch die einzelnen Wirbel sich immer weiter aufbaut, bis sie hinten auf den dahinter stehenden Köder trifft, ist natürlich eine sehr auffällige Köderpräsentation, die aber in bestimmten Situationen fangentscheidend sein kann. Einige Scherzkekse haben sich natürlich auch lustig gemacht und haben argumentiert, kopiert ihr denn jetzt sechs Spielzeuge? Denn die U-Pose, The Tree, denn man könnte meinen, sie hat die Form bestimmter Artikel aus dem Erotikbereich. Und dieser Gedanke dahinter, so lustig wie er auch klingt, ist gar nicht so abwegig. Nur die Funktion der beiden verglichenen Produkte auf der einen Seite, das Sexspielzeug auf der anderen Seite, hier diese spezielle U-Posenform, erfüllt natürlich im Gebrauch einen komplett anderen Zweck. Einige Nachrichten von anderen haben mich nach der ersten Vorstellung unseres neuen U-Posen-Modells erreicht und haben leicht verunsichert die Frage gestellt, ja, Stefan, welche U-Pose soll ich denn jetzt benutzen? Ist das jetzt hier, ist The Tree jetzt die beste U-Posenform, die es gibt? Nein, auf keinen Fall. Ihr müsst einfach versuchen, in der betreffenden Situation am Wasser das richtige U-Posen-Modell einzusetzen. Und genau aus diesem Grund bieten wir euch eine Vielzahl unterschiedlicher U-Posen, die alle in bestimmten Situationen ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile haben. Das bedeutet, ihr müsst am Wasser vor Ort entscheiden, auf welche Situation ihr trefft, warm-kalt, aktive, passive Fische, welche Köder ihr einsetzt, lebende Köder, Fische, tote Köder, Fische, Wurmbündel und solltet dann versuchen, die optimale U-Pose, den optimalen Auftriebskörper, der euren angebotenen Köder perfekt in Sehne setzt, auf eurer Montage zu montieren. Und unsere The Tree U-Pose, diese Form des Auftriebskörpers, hat in der Testphase hervorragend bewiesen, dass es ein toller, fängiger Radau-Macher ist für die Präsentation in einer mittleren bis starken Strömung von Tauwurmbündeln, Deadbait-Systemen oder auch lebenden Köderfischen, wenn die Wälzer aggressiv unterwegs sind oder aber launig an ihrem Standort behandelt werden müssen. Denn dieses Teil hier erregt ganz schnell durch enorme Wasserverwirbelung, die vor eurem Köder entstehen, die Aufmerksamkeit des Räubers. Unsere neue U-Posen sind am Laufen und die bringen euch zum Big Fish.